Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 615 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Natürlich kleide ich mich auch im Regen, immer nur nach der neuesten Mode. Natürlich kleide ich mich auch im Regen, immer nur nach der neuesten Mode. Wir sind auf dem richtigen Weg, unsere Ziele zu erreichen. Das sieht man hier sehr deutlich. Wir sind auf dem richtigen Weg, unsere Ziele zu erreichen. Das sieht man hier sehr deutlich. Wir sind auf dem richtigen Weg, unsere Ziele zu erreichen. Das sieht man hier sehr deutlich. Ich fühle mich sehr wohl, in diesem bequemen neuen Bett. Die Bettwäsche ist weich und angenehm. Ich fühle mich sehr wohl, in diesem bequemen neuen Bett. Die Bettwäsche ist weich und angenehm. Ich werde wohl diesmal nicht pünktlich im Sportstudio sein. Der berufliche Termin hat mich zu lange aufgehalten. Ich bin bereit für alles, was meine Muskeln trainiert und den Körper in die richtige Form bringt. Ich habe alles erreicht, was ich wollte. Zu diesem Bewerbungsgespräch wurden viele Personen eingeladen. Zu diesem Bewerbungsgespräch wurden viele Personen eingeladen. Wenn ich gute Ideen habe, sitze ich nachts noch im Büro und arbeite am Computer. Wenn ich gute Ideen habe, sitze ich nachts noch im Büro und arbeite am Computer. Ich beantworte jetzt gerne alle Fragen, die sich aus meiner Präsentation ergeben haben. Ich beantworte jetzt gerne alle Fragen, die sich aus meiner Präsentation ergeben haben. Ich habe den höchsten Punkt erreicht und blicke hinunter auf die Stadt. Ich habe den höchsten Punkt erreicht und blicke hinunter auf die Stadt. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Generell sind wir personell unterbesetzt und viele hatten noch keine Zeit, Urlaub zu nehmen. Generell sind wir personell unterbesetzt und viele hatten noch keine Zeit, Urlaub zu nehmen. Ich habe alle Einkäufe erledigt und bin in 30 Minuten zu Hause. Ich habe alle Einkäufe erledigt und bin in 30 Minuten zu Hause. Ich habe alle Einkäufe erledigt und bin in 30 Minuten zu Hause. Ich bemühe mich, aber ich kann nichts in der Ferne sehen. Ich bemühe mich, aber ich kann nichts in der Ferne sehen. Was bedeutet der rote Kranz an dieser Tür? Was bedeutet der rote Kranz an dieser Tür? Was bedeutet der rote Kranz an dieser Tür? Ich mache mir Sorgen um Ihren Blutdruck, weil er zu hoch ist. Ich mache mir Sorgen um Ihren Blutdruck, weil er zu hoch ist. Ich bin stolz darauf, dass ich meine Arbeit schneller als geplant abgeschlossen habe. Kann mir jemand helfen, die Krawatte richtig zu binden? Ich habe keinen Spiegel. Kann mir jemand helfen, die Krawatte richtig zu binden? Ich habe keinen Spiegel. Kann mir jemand helfen, die Krawatte richtig zu binden? Kann mir jemand helfen, die Krawatte richtig zu binden? Ich habe keinen Spiegel. Wir sind uns einig. Wir sind uns einig. Der Vertrag wurde mit einem Handschlag besiegelt. Der Geschäftsführer ist heute nicht im Büro. Kann ich weiterhelfen? Das Tablet ist mein Hauptarbeitsmittel. Ich kommuniziere damit mit allen Abteilungen unseres Hauses. Das Tablet ist mein Hauptarbeitsmittel. Ich kommuniziere damit mit allen Abteilungen unseres Hauses. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Das Tablet ist mein Hauptarbeitsmittel. 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 Vielen Dank.